Ähm... WHAT THE FUCK?! Ich hoffe, wir haben uns direkt weg, ne? Oder desqualifiziert wird. Ja, Micha ist desqualifiziert. Es war kein Valions. Hilft ihr, Mike! Hey, ich wollte einen 360 machen! Hey! Ey, der fällt hier wirklich zickzack. Ey, sorry Dennis, aber das geht gar nicht. Er ist ein Lager angefahren. Lemi mit seinem... Oh Gott! Here we go! Erstmal kurz, sag mal ein bisschen. Ähm... WHAT THE FUCK?! Was hier geht? Der fliegt in die Luft! Hä? Der fliegt in die Luft! Der hier... Der holt einfach neben mir ab! Als wäre ein Heißluftballon! Ich weiß nicht mehr, es war ein Honda war das! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gerade grüner! Woah! Boah! Man kann aber die Reifen auch noch perfekt aufhören, indem man ganz lange bremst. So zum Beispiel jetzt. Dann geht die Energie nämlich in die Reifen rein, die Reifen werden leicht erhitzt. Ja. So. Alter, guck mich mal Kenny an! Kenny hat noch nicht die Spock! Haha! Kenny, denk ich, ist nicht so... Jo, wahrscheinlich! Yo! Ich bin neben der Strecke! Alles klar! Bist du auf dem Berg gerollt? Haha! Weiter geht's! Haha! Tschüss, Wali! Ähm... Chat! Das habt ihr nicht gesehen! Oh! Wie geht's hier? Ah! Was haben wir jetzt? Ah lol! Das hätten wir... Upsi! Waaah! Hahaha! Alter! Alter! Mann! Alter! Die Karre geht ja bald dermaßen ab! Alter! Motorstar und Leiser? Doch Leiser kann ich so ein wirklich nicht machen! Ey! Welches Arschloch war das? Das war glaube ich Farabi oder McLaren? Ne, ich hab eventuell auch mein Auto auf der Strecke verloren! Du, eventuell? Ich glaub... Doch, doch! Ich bin so ein... Ähm... Du musst jetzt auf Escape klicken und dann zurück zur Box. Dann wird dein Auto repariert. Arschloch! Dankeschön, lieber Aston Martin! Danke mal! Michael! Oh, jetzt wird... Wieso verlasse ich die Box und das Auto geht kaputt? Ja, weil der ein Huckel ist. Das hab ich gerade auch schon. Ach, du hast auch einen Motorrad? Ey, kann mir das mal einer mal erstellen? Kann mir das mal einer bitte... Äh, äh, äh... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? Was ist das denn hier für ein Schweizer? Wieso drehe ich mich in der Box? Was soll das denn? Ist in Dunkel viel geiler als in Hell? Boah, Granatenstart, Alter! Hui! Alter, das war eins der besten Starts, den ich jemals absolviert habe! Komm, bescheu, Jungs! Ey, komm her! Nach dem Rücken, ich erst mal Windschatten nehme. Oh, den Chorwellers... Ah, ich bin langsam... Womit Windschatten, 340, 350... Oh, da! So, Flügel ab! Wui! Ich fahre 350 mit Windschatten. Kannst alle, lässt mich sogar vollfahren. Ich fahre einfach mit dem Typen neben mir zur Nachdenpfanne, wobei sie dem landeern. Nein! Nein! Ey! Alter! Weiter geht's! Woah! Saved des Jahrhunderts! Alter, klippt das! Klippt das! Okay. Here we go! Ach, gescheit... Was ist jetzt los? Ja. Keine Ahnung. Gewitter, was machst du denn? Ey! Wir sind doch nicht im Verkehrsstau, Alter! Komm! Das Gaspedal ist das rechte Pedal! Durchtreten! Darf man das? Ne, das darf man nicht! Man muss eine Gewinne... Ey! Ey! Das müssen wir aber ansprechen! Ja, das ist... Boi, aber... Was war das denn? Hast du ja nicht stehenbleiben einfach! Oder irgendeine Ahnung! Seine Peripherie... Oder seine Peripherie hat irgendwie Probleme! Scheiße! Da ist es gekommen! Oho! 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 Jetzt stell dich mal höher! Hoppst du nicht! Ich bin ja auch mit der Kack hier! Ey! Das ist alles extra! Alter! Oh man... Es lights out in the wave go! Heute noch! Ich bin direkt im zweiten Gang gesprungen! Nein, ich werde wieder gespinnt. Wer hat mich dann da weggespinnt, Junge? Weg doch Heuballen! Ne, ne! Alter, was ist denn da? Wer gutter wieder auf 1 ist, dann ist... Wait, what? Alter, du glaubst nicht, wer hier gerade reingefolgt hat! Lirem Zendeli, der Formel-2-Fahrer! Oh mein Gott, ey! Ach so, heiliger Bim Bam! Was ist denn jetzt kaputt? Lirem, sei gegrüßt! Hallo! Ist er das wirklich? Ei, 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 ei! Das freut mich aber gerade richtig, ey! Ei, ei, ei! Witz, die Zendeli an! Ich weiß nicht, er hat mich auch zu tun, aber ganz fürs ihre Zendeli也 mit einem